Mein Eindruck ist, dass Politik gar nicht mehr darauf ausgerichtet ist, die Probleme der Menschen zu lösen, sondern ihnen mehr Probleme zu schaffen. Wir haben ja immer mehr Armut in diesem Land. Zum Beispiel die Renten sind ja auch immer schlechter. Davon ist auch meine Mutter betroffen, die viele Jahrzehnte in der Pflege schwer geschuftet hat und mit einer sehr geringen Rente leben muss. Und das erleben immer mehr Menschen, dass ihre Lebensleistung gar nicht angerechnet wird. Und das ist natürlich nicht schön. Und deswegen fallen ja Leute auf die AfD rein und denken dann, dann würden ihre Lebensleistungen ja anerkannt werden, was ja gar nicht der Fall ist bei der Partei, weil die eher ein neoliberales Programm haben und lieber die Reichen reicher machen. Also schaut euch das Steuerkonzept an. Zum Beispiel Einkommen über 100.000 Euro im Jahr werden stark entlastet. Der Rest guckt in die Röhre dumm. Und ja, so habe ich den Eindruck, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie gar nicht mehr wahrgenommen werden. Dann wird einfach die Schuld dann halt auf die Ausländer geschoben. Angeblich bekommen die zu viel Geld, obwohl viele auch gearbeitet haben, so wie meine Mutter, die aus Polen stammte. Ja, es wird immer so den Leuten eingeredet. Ausländer sind schuld. Geflüchtete sind schuld. Deutsche mit Migrationshintergrund sind schuld. Ja, die kriegen alle zu viel Geld. Aber in Wirklichkeit bekommt ja der Reiche zu viel Geld. Also man hat ja festgestellt, dass 100 Milliarden Euro im Jahr ja durch Steuerhinterziehung verloren gehen und durch Steuervermeidung nochmal 60 Milliarden Euro. Also 160 Milliarden Euro im Jahr gehen verloren, weil wir die Reichen nicht genug besteuern. Und dann glauben die Leute, dass ihre geringe Rente ja verursacht wird von Geflüchteten oder vom Ausland, das angeblich zu viel Geld bekommt. Und die Wahrheit ist eine ganz andere. Also zum Beispiel glauben auch manche dann, ja, wenn man dem Bürgergeldempfänger das Geld wegnehmen würde, dann würde es mir besser gehen. Da geht es aber eigentlich nur um Peanuts. Nicht um die wirklich großen Summen. Genauso, wenn man den Leuten einredet, wenn sie den Lohnfunkbeitrag nicht mehr zahlen würden, würden sie finanziell entlastet werden. Also knapp 20 Euro weniger im Monat ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ist nicht viel. Aber wenn man zum Beispiel steuerlich die Leute entlasten würde, indem man ja die Vermögen von Reichen mehr besteuern würde, hätte man deutlich mehr Entlastung. Ja, aber darauf kommen die Leute halt nicht, weil dann halt Konservative oder Rechtsextremisten ihnen etwas anderes einreden. Also da wird der Schuldige halt, ja, bei dem Bürgergeldempfänger gesucht oder, ja, bei den Geflüchteten oder bei dem Ausland, das angeblich zu viel Geld kriegt. Ja, natürlich geben wir Entwicklungshilfe, aber das meiste ist ja durch Kredite abgesichert. Das heißt also, der Staat, den wir Geld leihen, ja, der muss ja auch Zinsen da drauf zahlen. Und wenn man dem Ausland Geld gibt, geht es ja eigentlich immer darum, dass man Abhängigkeiten schafft. Indem man diese schafft, kann man dadurch seine Güter besser verkaufen. Also das ist nicht so uneigennützig. Aber das verrät die AfD natürlich dir nicht. Und wenn ihr auf solchen billigen Populismus reinfällt, ja, dann kann ich euch auch wirklich nicht helfen. Also denkt doch einfach mal logisch nach. Guckt genauer hin und lasst euch nicht so manipulieren, wie das häufig leider passiert. Die AfD hat überhaupt keine Lösungen im Angebot. Sie macht nur billigen Populismus und Stimmungsmache und, ja, rational bietet sie keine Lösungen für eure Probleme an. Ja, und, ja, ich wollte noch einmal auf das Thema Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zurückgehen. Da gehen ja 160 Milliarden Euro verloren und, äh, wenn man zum Beispiel bei Bürgergeldempfängern guckt, äh, wie hoch da der Betrug ist, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Das sind gerade mal 60 Millionen Euro, die man kriegen könnte, indem man, ja, die Betrüger dann zur Rechenschaft zieht. Das ist wirklich nicht genug. Also bei den Reichen könntest du deutlich mehr holen. Also, ja, man hat ja auch schon mal festgestellt, wenn man zum Beispiel Reichtum überprüft, äh, wegen Steuerhinterziehung, da stellt man fest, dass 75 Prozent der Reichen betrügen. Und wenn man Bürgergeldempfänger überprüft hat, betrügen nur drei Prozent. Ja, ja, und, äh, Bürgergeldempfänger werden auch viel öfters kontrolliert als Leute, die über große Vermögen verfügen. Das sind ja die weiteren Ungerechtigkeiten, die wir in der Gesellschaft haben. Ja, dass der, der armutsbetroffen ist, äh, also der wird, äh, ja, nackt gemacht. Der, der super viel Geld hat, der wird kaum überprüft, obwohl man dort das meiste holen könnte, um die Gemeinschaft, ja, zu finanzieren. Zum Beispiel bessere Renten, bessere Infrastruktur. Bei uns bröckeln ja die Brücken davon. Und, äh, solche Probleme haben wir einfach. Und, äh, da müsste man einfach mal ansetzen und, äh, ja, und nicht immer auf diesen billigen Populismus der Konservativen und der Nazis reinfallen, äh, die immer Armutsbetroffenen die Schuld geben oder auch Migranten die Schuld geben oder auch Geflüchteten die Schuld geben oder dem Ausland Schuld geben, dass sie angeblich zu viel Geld von Deutschland bekommen. Also, auch das Geld, was wir in die EU geben, ist ja nicht, ähm, ja, so, ja, nicht, äh, aus lauter Menschenliebe, sondern weil wir da einen Vorteil davon haben, weil wir einen großen Wirtschaftsraum in der EU haben und, äh, keine Zölle dann bezahlen müssen, also die viel teurer wären als, äh, die paar Milliarden, die wir für die EU geben. Ähm, und, ja, also gibt's die EU nicht, hast du Zölle, ne, das ist wie in Großbritannien, dann, äh, geht die Wirtschaft noch mehr in den Arsch, ne, also die haben ja, äh, Bruttosozialprodukt verloren, ne. Ja, ja, und, äh, über all das muss man einfach die Leute mal aufklären, äh, dass die, äh, auf diese billige Masche dieser AfD oder anderer Parteien, die populistisch arbeiten, also wie BSW mittlerweile auch, nicht reinfallen und, ähm, ja, ja, besser aufgeklärt sind. Also, das ist total wichtig, finde ich. Naja, so, meine persönliche Meinung hier, ich wünsche euch eine gute Nacht und alles Liebe. Ciao, ciao.